Ja, zu gut so. Kann's gehen. Und Ena mit mir tanzen. Wie lange hat er beim Raub? Ich muss respawnen. Kannste vergessen. Du schmeißt nicht mehr raus, was? Na, ich kann jetzt gleich noch nicht in die Box gucken. Welche Box? So. Nee, der zeigt ja 40 FPS und so. Aber... Dann gibt's noch mit gerade einen Gitarren. Oder auch nicht. Die Leute sind ja losster als an der PS4 Lobby. Mach zu, genau. Mach zu. Ja. Die erste ist immer noch lange. Schade. Aber das funktioniert. Meine F*** Wir gucken mal was jetzt da holt Alter. Ich bin unter der Brücke, ich hab dich eingebauten. Ey komm schon, ich bin nicht mal gelandet. Kannst du ja nicht auf die Fresse auch nicht mehr holen. Wissen Sie, wie sich das bei Stefan gerade angehört hat? Ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Jetzt brauche ich auch keine Sklau. Ich habe gerade ein bisschen zu tun gehabt. Oder mein Rechner. Gut. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ihr könnt nicht mehr zufrieden und viel zufrieden. Ich wusste Ihnen die Kante. Hier, weil ich nicht ernst habe, die sich halt so untersprechen. Tausend. Ich bin jetzt hier ein bisschen zu sehen. Ich bin jetzt hier ein bisschen zu verletz. Ich habe eine Masse gemacht. Das war's für heute. 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 Jumpy. Das war's für heute. 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 Boah, das war's für heute. 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 Mann. Und das war früher einfach viel besser, als es nur noch, als es einfach nur zwei Schrot hinten war. ich brauche erst erstmal nur ein kill ich bin ein Mensch ich hab meine Pummel markiert ich hab meine Pummel markiert, weil es keiner hat gut, dann machen wir die Köln ich hab meine Pummel markiert und ich hab meine Pummel Okay. Ich drehe doch meine Mutter in Satti. Äh, äh, unter dir. Da ist Zoe. Boah, nicht nur Zoe. Ne, ein paar mehr. Es sind drei Leute. Wow. Boah, Mann, dieser Spaß hat mich verraten. Ja, versuch ich mit deinem Deal. Kannst du die dann umgeben? Ja, das muss ich mal umgehen mit dem Ding. Boah, das sind schon wieder so viele hier unterwegs. Na? Der schlechteste Spieler hat das Spiel. Oh, nee. Hm. Jetzt hier, denke ich. Ich auch. Stefan? 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 Ich kann nur jetzt raus! Näh! Ich hab keinen Fall. Auf ja keinen Fall. Ich könnte machen, was ihr wollt. Was? Ich weiß nicht, was das ist. Oh, du bist geil. Die sind drei mal hochgeig. Ich bin auch geil. Was ist denn hier? Schmecken die? Ja. Schmeckt nach Gurke. Ja, genau. Schmeckt nach Gurke. Scheiße, Mann. Oh, nein. Hey, hör auf. Ich hab nicht mehr zu spürt, aber scheiße ausfällt. Ja, wie kann ich spürt? Ich hab nicht mehr zu spürt. Ach, wie heißt denn der? Echt? Lieb ich's suchen? Ich auch. Hey, hey, hey! Mann, was ist er denn für'n Spaß, Alter? Ich hab' nur die Boogie-Bombe, Alter. Ey, noch 34. Was sind die denn alle total wütend? Ihr wechselt einfach, dann gehen wir, ey! Ja, jetzt wirst du mal, wie es ist, ne? Wenn man jetzt halt tanzen muss, du arsch! Hier, ist noch einer! Ja, jetzt lass uns mal verliebt. Aber wir haben echt ein bisschen mehr. Verdammt. Das ist so vielfällig. Das ist eigentlich immerhin ja 50, oder? Ich schlüp' ich auch. Was ist denn für mich? Ich schlüp' alle weggebrochen. Natürlich. Ich kenn' die ja noch. Natürlich sind alle weggebrochen. Alle. Alle. Gerade mit einem. offballieren. drown too much. Ich schlüp' alle weggebrochen. Ich Leaving mir das bocaimentos. Ich hab viel heat up in dieוא. Wegen. Achtung, Blätter! Lammers raus! Lammers raus! Geschütz, Wasser, Krampus hab ich doch schon was? Ja. Gut. Dann nehme ich diesen Gummahechen in Keny. Möbel. Ziger, Keny. Acht ihn, hab ich doch schon. Hüftel, just, was ist es. Hüftel, du bist es? Ja. Hüftel, du bist es? Ja. Das ist ein Lampus, ja mal. Oh, was für 31er, Alter. Ja, fick dich, du Arschloch. Hallo. Ja, fick dich, du. Schöpfe Die ist gar nicht online. Die ist gar nicht online. Der lässt sich jetzt fremdlich abknallen, damit der andere die Quills machen kann. Wie hieß denn der Typ? Die sind ja eh gerade noch. Passt schon. Das ist gar kein Problem ab. Das ist gar nicht so. 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 Wenn du den Wellenthaler verpfürzen willst, solltest du dir mal ganz bloc ein paar Zeitscheats besorgen. Ich hab's gebeten. 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 Nahrung fernhalten, Rekrut! Ich liebe den Geruch nagelneuer Zeitscheats! Weil da sind die Grenzen verlieben, so gewusst! Bostra, dschst, ich schweine mit der Rekruten! Was ist das? 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 Ich? ich hoffe das läuft nicht dass das wieder nicht dann musste man da hinten hoch machen wenn jeder auch vernünftiger drin und die fenster da auch wo wo man kann Ich sehe noch gar nichts. Ich gucke gerade, ich bin hinterher. So. Warte, 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 oh nein. Was bin ich jetzt? Ich sehe gar nichts. Was muss ich jetzt machen? Du musst dich verstecken. Okay. Du musst die Waffe nehmen und was überklädelt angeben. Ja, es geht natürlich nicht. Was ist denn mit euch los? Erstmal eine Boogie-Bomb hier. Respektstelle und so. Ja, ich kann das nicht mal auswählen. Wieder mal. Och man ey, das macht doch keinen Spaß. Jetzt hör. Jetzt kommen sie. Warte mal, hier rennt jeder hin. Warte mal weg. Warte mal weg. Warte, Alter. Ja! Hmhm. die Die tanzen einfach nur die Düdel. Ronny ist da ja auch nie bei. Wie du gesagt hast Ronny. Ja ihr könnt euch auch alle selbst eliminieren. 4 Versteckspieler noch. Ich auch. Du hörst da Sucher? Nö. Ich bin Sucher. Ich sehe dich aber nicht. Boah. Du bist ja... Ja jetzt nicht. Ja ich... Ja ich... Ja ich... Mann lass mir doch mal durch du Spicke. Nö das ist... Ja ich such dich doch nicht. Du bist so krass. Alter Krollmonster. Was steht du mir rum ne? Beobachtet die mit ihren Boomi-Bons auf die Märchen gehen. Nö man beobachtet mich grad. Nö man beobachtet auch jemand... Nö. Wo wird den Boomi-Bons auf die Märchen gehen? Nö man beobachtet mich grad. Nö. Nö. Wo steht denn das? Achso, vier Spieler sind immer noch versteckt. Jaaa! Nein, ich suche an, wenn ich gleich weiß, wo er ist. Das wäre ungefähr. Na, wie ist das noch? 27 Sekunden Das ist doch scheiße Ja, weil die alle nur noch in diesen kleinen Gegenständen rumtürtern Ja, ist mies Aber Stefan, letzte Runde, dann kannst du wieder mitmachen Wieso? Stefan, muss ich gerade getreten Jetzt bin ich der Sucher, ne? Ja, nein Ich guck gerne auch nicht bei dir drauf Weißt du gerade Der Marshmallow-Scan ist ja auch geil, ne? Was kostet denn der Wurf? 1, 2 Scheiße Scheiße Ich bin zerstippelt 1, 2 1, 2 1, 2 2, 3 Das war's. 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 ja 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 Wir skript den Zirkel mit Allah gerade Zeit, nachdem ihr euch ein Schmerz anruft habt und mein Name und Passwort verändert habt. Nein. Nein, wo denn? Nein, wieso sollten wir? Und? Was ist hier da? Ach so. Ach so. Loll. Aber der kann doch nicht unter deinem Zunehmen. Hurensohn? Alter. What? Hurensohn? Ja. Was? Hurensohn? Hurensohn? Nein, so hat man auch mal nicht. Nein, um Gottes Willen. Wir haben ja noch mit unseren Account zu tun. Ja, da würde ich mal öfters mal reingehen. Nein, der schlittert hier weiter mich. Ja, wir warten ja nur darauf, dass der die Welt ist. Nein, ich höre jetzt halt Schritte. Ich wills Bruder hier. Der war schnell, sollen wir eigentlich schnell? Aber bis nicht, bis nicht die 4,7 Kilometer. Aber dauert auch noch. Ja, ja, das ist viel halt. Ja, der dauert einen Moment. Ey, ihr Säcke, ihr seid schon wieder auf dem Dach. Ja, ne, wie gesagt, wir waren es nicht, also. Ja, ne, wir haben es ja schon, das letzte Mal, also dich einloggen, wenn wir auf PS4, da haben wir, da war jetzt die Welt jetzt so. Ja, ich weiß, wo du bist. Ja, ihr seid ja. Ich bin weit und wir sind noch gegen den Ball. Ja, du bist nicht so weischt. Nein, du bist nicht so weischt. Nein, vor dir. Ich bin noch mal. Die Klappe. Geh auf Twitch, du Drecksackig, wow, du Follower. Was sagt er? Ja, aber wie macht denn sowas, hackt und dann auch noch, und dann auch noch so. Das ist schon extrem. Oh, Mensch, die sind jetzt überhaupt, was sagst du, die Uhrzeit? Aber ich sag mal so, selber schuldig, würde ich sagen. Ich sag mal, schuldig, würde ich schon hier nicht zweimal suchen. Ich sag mal so, da muss ich gleich gar nicht reinkommen. Das könnte ja mal passieren, dass ich jetzt mal ewig und seit Tagen nicht wieder nachkommen. Du hast ja auch nur gemerkt, als ich mir nie mal gefreut habe, dass der Recklitz zum Beispiel Und das krasse war ja gewesen, derjenige, der den Account gekauft hat, der hat angesehen, ob er sich angeschrieben und beleidigt hat. Und das muss in Russland sprechen. Der Account, den er hatte, den Präsent und ewig, also muss das mal weitergehen. Da wurde er von einem, also das wurde irgendwie in eine russische Ecke. Ich hätte ja den zurückschreiben können, erst dass hätte ich den melden können. Deswegen nicht kaufen, das ist ja nie erlaubt. Gut, dann wäre mein Account gesperrt. Erstmal. Hast du dir das rausgefunden? Wir haben über Sony geklärt. Ja, ja. Und deswegen sei doch immer wieder, halte deine App aktuell und sei eingeloggt. Ja, das ist das Problem, ja. Die lockt sich von allein nach, weiß ich, hier einen Monat oder so aus. Auf dem Handy. Doch. Macht aber. Nach zwei Monaten lockt er sich aus und dann musst du die wieder einladen. Hä, nee. Warum? Warum? Weil du startest ja jetzt schon. Soll ich dir eine Krippe machen? Wie soll ich denn das hier zu schaffen? Ich habe jetzt eine blöde Frage. Warte! 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 Wie soll ich denn das hier gesagt werden? Ich habe jetzt mal eine blöde Frage. Ähm, wasi? Guckt Rolli noch zu? Na, kann er doch ja nicht. Und ja. Ich würde mal ein kurzen, ob er da für stranger zu machen ist. Oder wenigstens Foto. Damit er Beweise hat, ist ja. Weil dafür, dass du, dafür, dass du deine Konten mehrfach geschützt hast, ist das echt lächerlich, wie oft die hier hätten. Ja. Nicht, jetzt. Schatz, wenn du jetzt wirklich auf dem Handy diese App hast, dann kriegst du wirklich laufend diese Benachrichtigung. Ich muss ihn treffen. Ich nicht. Boah, ihr müsst euch alle verstecken. Ihr seid scheiße seid ihr. Wie kann man? Chrissy, wir müssen uns verstecken. Ihr seid alle in einer Ecke. Ihr... So, geht los. Boah, das ist so kacke, Alter. Wieso? Wie kann man? Ja, weil ich weiß, dass du rüberkommst. Zeig den Bock mir, Alter. Die bimmeln wieder. Ah, der hopschiner. Was? Gucke, 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 gucke. Sauber. Ich hab einen. Selber schuld. Er trennt ja auch einfach weg von mir. Boah, Hans, das ist ein kacke, Alter. Ich kann auch sein Bildschirm gucken und ich weiß nicht, wo er ist. Ja, weil jetzt alles grün ist. So ein kalt, was? Einfach wieder mal selber versteckt, ne? Kann sein. Ah, kicke, kicke, kicke. Da läuft er. Ich muss noch treffen. Die Sau. Ja, treff mal, wenn du jetzt schon jetzt die ganze Folge getrennt hast. Das ist bestimmt auch hochgesprungen, oder nicht? André, ne? Ja, ja. Gut, wa? Ja, ihr könnt beobachten, wie ihr wollt. Ihr findet mich nicht. Soll ich irgendwas Podcasts zu machen? Ah, der rennt ja noch weg. Ey, das ist mies. Jawohl. Ich hab mal die Hütte. Wo ist der denn jetzt hin? Wo ist der? Euch? Ja. Wir sind trocken, was ich sehe. ich glaube fängt 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 mit aber er hat sie sich aber wohl im grünen ich guck mal da irgendwie zu geh noch mal, geh, kalt mal nein, nicht du komm wo hier bist du, Alter, ich krieg hier das warte, komm, geh, kalt nein, ja, warte, ich hab ihn, der war so ein scheiß hässlicher Dino mies ey, guck's mal weg bist du jetzt verstecker? ja jetzt muss ich dich jetzt finden? du musst mich jetzt finden ja darf ich die da auch töten? du musst ja einfach alle diesen Apfel nehmen, Alter, aber wirklich alle ist ja so doof mit dem scheiß Apfel ja ja Ja. ja der hat sich bewegt trottel um hier ist noch jemand ok er ist der King ich höre doch schritte das ist noch hier oben oh doch schake ich hab dich aber andere egal aufwege 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 weg 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 Los das kann doch nicht wahr sein äh du scheiß Apfel älter also das mit der Erpfel ist total also das mit der Erpfel ist Ich hab die Fähigkeit Ich hab die Fähigkeit Ich hab die Fähigkeit sogar und hier in der scheune ist nur jemand ja die kraft ist halt diese ja 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 genau da muss hinter die kürzen kommen ja 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 genau da du musst hinter die kürzen kommen ja 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 genau da du musst hinter die kürzen kommen ich glaube dass du die ganze piepen hier habt aber der kennt auch schon die Treppe in der Treppe, ne? Mann wo war denn der gewesen? Treppe, der hat den Treppenpack genutzt der hat den Nutze kippt ja schon gar nicht mehr ja wenn wir noch Leute wären könnten wir mal wieder in eine Spielwiese gehen na, tu mit in eine Spielwiese was ist mit Kevin? ja aber die in schwarz sieht ja richtig nice aus, oder? ja das ist total verbackt hier, oder? ja superweil oh der Marshmallow ja du 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 Wie alt ist dieser Update? Das ist der Wunsch, dass er beendet hat. Was wollte er jetzt machen? Das ist der Wunsch. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin nicht mehr so weit weggeblieben. Ich bin nicht mehr so weit weggeblieben. Hey? Ich bin nicht komplett Haus auf dem Spiel. Warum? Ich verstehe, warum die zum Anfang diese Buggybombs reinschmeißen. Da haben sie doch später keine Buggybombs. Los! Das ist ein Versteck. Ich denke schon, dass ich hier öffnen werde aber, wo ich mache. Das ist ein Versteck. Das ist ein Versteck. Ich bin hier drin. Ich habe mich eliminiert. Das haben sie ja auch hochgemacht. Das haben sie ja auch hochgemacht. Die suchen eigentlich. Haben die den aktuell leben lassen? Ja. Alter, was? Ja, weil die den nicht kriegen. So klar. Der Rente ist halt von ihnen weg. Was willst du denn da machen? Kannst du ja auch machen. Naja, deswegen habe ich gerne mit dem Bogen drauf geschossen. Ja. Naja, klar. Sicherlich. Was? Guck mal. Der Ball. Wie kann man denn als Ball rumrennen? Der ist nicht der Ball. Doch. Das ist der. Das ist das Oberteil von der... Ja, aber den kriegt er nicht klein. Was macht er denn eigentlich? Warum stört er die anderen? Ja, weil er dumme ist. Machen wir uns Kühlschat von. Melde den bei. Melde den jetzt. Anri. Du musst ihn melden. Warum? Na, du spielst Behinderung. Na, hier ist schon wieder einer, der die Leute beim Suchen behindert. Anri, melde es jetzt. Dann machen sie gegeneinander. Der andere sitzt ja auch rein. Ah, nee, ne? Ah, da hat er gerade die Kiste gesehen. Ihr seid so doof. Wie kann man so als Apfel da irgendwo rum von sich verstecken? Ja. Oh, 29 Aufrufe. Insgesamt. Wer kommt hier? Ich muss mal hier 3 mal ausmachen. Nein, das ist besser ein Ping.